Ich glaube, das sollten wir lieber vormachen, weil sonst geht die Runde schon los und dann... Stress. Da geht es schon los. Da sind wir uns einig. Okay, ich sag schon mal Hallo, ja? Und Hallo. Wir machen heute wieder was mit zwei Sichten. Ich bin Janek. Wir, die zwei besten YouTuber auf YouTube Deutschland, die für Let's Plays zuständig sind. Wir spielen heute Build Battle mit zwei Sichten. Wir klären jetzt alles ab. Und ja, während wir bauen, reden wir nicht miteinander. Und wenn wir dann bewerten, sind wir dann wieder im Talk. Und das einzig Relevante ist noch, wie viele Runden machen wir in der Aufnahme. Weiß ich nicht. Ich würde sagen, erst mal zwei und dann gucken wir, wie das zeitlich ist, ob wir dritte machen. Ja, alles klar. Aber ich denke, zwei ist gut. Wir machen aber die normalen Solo-Mode, oder? Weil Holiday... Ja, klar. Weil mit Juli Lott, das hat mir gereicht. So bist du denn bereit? Always. Das sieht man doch. Das ist doch... Hallo? Du bist doch da, ne? Okay. Ich bin noch da. Alles klar. Ich würde sagen, ich mute mich dann schon mal. Ja, das macht... Das ist dann schon mal, wo ist Discord. Da. Ach, du bist schon gemutet. Ja, so schnell kann das gehen. Ich bin schon gemutet. Welches Thema wählen wir denn? Ähm, was bauen wir denn? Äh, ne Maus? Ich will... Ich will nen Zug machen. Hilfe! Ich will das alles nicht. Bitte. Äh, nen Zug. Aber jetzt müssen wir mal ne Maus machen. Ne Maus. Wir machen einfach ne Maus. Dim, 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 dim. Alles klar, das kriege ich hin. Was soll denn diese Bild-Battle-Musik? Ja, schlimm. Dieses, dieses und... Dieses mit diesem. Das ist jetzt meine Palette für das ganze Ding. Fucking Maus. Fucking Maus. Dim, 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 dim. Also, ich hab... ...keine Idee. Ich hoffe, ich kann was Zufriedenstellendes erschaffen. Sonst... ...weinig. Ach, das ist ja jetzt schon hässlich. Was ist hier passiert? So. Hier, das wird ne Computermaus. Es ist ne Computermaus. Ähm, wir bauen hier so ein Mauseloch. Oh, und dann machen wir hier so... Dann haben wir hier so ne Wand mit so nem Mauseloch. So ist das Ganze auch cool. Dann ist das Loch, da kommt die Maus raus, die sich das Essen holen will. Das ist mein Plan zum Bauen. Die Musik ist nur nicht hektisch. Ich habe echt keinen Plan. Ich weiß nicht, wie Mäuse aussehen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie Mäuse aussehen. Bin absolut überfragt von mir selbst. Ich komme nicht drauf klar. So. Sind das noch mehr Beine? Ey, das wird ne gute Katze, aber es wird keine Maus. Es wird definitiv keine Maus. Gott, wird das hässlich. Wie kann man darin ne Maus erkennen? Ich kann verstehen, wenn man daraus keine erkennt, auf jeden Fall. So, dann machen wir nochmal hier, vielleicht... Dann können wir hier nochmal so ein Bild reinhängen, theoretisch. Also, ein Mächtigenbilderrahm. Ihr könnt mir nichts erzählen. Ich baue hier ne Katze. Es ist nichts als eine Katze. Es ist einfach eine Katze. Ich kann da nichts gegen unternehmen. Es ist auch nicht mehr... Man kann es nicht mehr aufhalten. Ich baue jetzt einfach eine Katze. Hm, ne Katze. Es ist immer mehr eine Katze. Desto weiter ich baue, desto mehr ist es eine Katze. Ich... Ich kann es dagegen tun. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Unter Zeitdruck baue ich einfach nicht so gut. So, das soll einfach ne Wand darstellen. Im großen Ganzen. Und das ist einfach ein Stück Käse mit einer Maus. Er fällt grad auf. Ich hätte einfach ne Computermaus, äh... ...bauen können. Ah ja, aber zu spät. Wir machen hier mal so ein Glas-Teil. Vielleicht sieht das dann... ...besser aus. So. Ha, ne Pflanze. Passt so. Ja. Das ist, äh... Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Ich weiß... ...nicht, was das ist. Ne Katze, aber... Okay. Ich hab nen Backup-Plan. Bin entmutet. Hi. Guten Tag. Hallo. Ich hab ne Katastrophe gebaut. Ich auch. Aber die anderen scheinbar auch. Ja. Ich wusste nicht, was ich mit ner Maus... Alles klar. Ich dachte schon, meine Maus ist abartig. Okay, die hier ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Du erwähnst dein Gesicht, ne? Also, ich bin bei mir tatsächlich enttäuscht. Ich bin bei mir tatsächlich... Ich hab ne Katze gebaut. Das ist deins? Ne. Das ist... Das ist okay. Oh Gott. Das ist... Da war einer auch. Das ist ein Haus. Das ist ein Geist. Das ist ein Roboter. Oder... Das ist ein... ...ganz komische Maus. Ja. Oh, die blutet. Hör, die frisst ein Mensch. Das ist ne Ratte. Alter, die ist... Alter, das ist ganz schwierig. Ich hab ne Haus... Oh, bei dir ist aber... Schon noch... Schon noch... Ich hab das mit dem Loch cool. Ja, ich hab da versucht, ein Loch zu bauen, wo so ein Dingshaus und ein Käse frisst, war mein Plan. Aber... Meins hat wenigstens Augen. Das... Ne, der Computer Maus. Witzig. Thema Kaffee. Die Idee hatte ich auch schon. Ne, ich hab außersehen eine gebaut fast, aber ich... Das ist das Beste, was es gibt. Echt hart hingefallen. Au. Ich bewerte die alle nur anders, die ich einsehe, dass die besser sind, weißt du? Also, alle... Ich bewerte alles fair. Gönne, bewerte ich fair. Und ich was sehr... Was ist das? Ja, das können wir wie Superpup. Konsequenz. Ja. Ja. Ich hab gewonnen. Ich wollte, dass du gewinnt. Ich geb dir Legendary. Alle anderen Superpup. Perfekt. Wir kommen bei den Tactics. Oh, nächste Runde. Ich bin gespannt. Es war witzig. Ich glaub, es wird kein witzig sein. Okay, ich mute mich dann schon mal, ja? Wir haben nicht genug Spieler, es dauert noch eine Weile. Das ist gut. Ich mute mich trotzdem. Okay. Mutet der sich einfach aus Silvia? Will er nicht mit mir reden? Was soll das? Ich nerv ihn jetzt. Egal, lesen wir die Schilder. Build Battle. Build according to the randomly selected theme. Hallo. Hier wird nichts gelesen. Nicht lesen. Hallo. Once the timer runs out, you'll have to vote each other's plot. Voting fairly makes it more fun. Okay. Was haben wir denn jetzt? Swing. Ich möchte eine Schaukel bauen. Swing. Fußball. Ein Helikopter hätte ich Bock dazu. Angry ist einfach eine böse Bücherei. Ich hab Bock auf einen Helikopter. Was ist Swing? Ich muss mal kurz eben googeln. Ja, eine Schaukel. Gut. Das freut mich. Ich hab direkt nen Plan im Kopf. Ich hab den ultimativen Plan. Oh mein Gott. Geht gleich los. Schwingen? Wie soll ich denn Schwingen bauen? Wenn ich Google schwing? Hä? Chains kann ich noch nicht verwenden, ne? Ne. Also. Hm. Ich hab trotzdem nen Plan. So. So. Dann. Hier. 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 So. Ja. Schwingen. Hä? Ja. Gibt es da keine andere Übersetzung? Na gut. Man schwingt ne Liniane, ja? In so nen Dings. Wir bauen ne Liniane. Also ich kenn den Begriff Schwingen. Aber. Alter. Keine Ahnung, ne? Schwingen. Wir schwingen keine Liniane. Ich kann ahnen, was gerade da vorgeht bei Niklas. Ein Minus zumindest so. Wie mach ich das denn? Egal. Wird trotzdem heftig. Da seh ich mich. Ich hab extra einen Abstand abgemessen. Warum macht der das da richtig? Ich geh das nicht. Äh. So sieht doch heftig aus. Okay. Tatsächlich hab ich ein großes Problem. Da ich also keine Ahnung hab, was ich mitbauen hab. Das ist safe falsch, was ich mache. Safe. Also ich bin hiermit auf jeden Fall zufrieden. Oh, warte. Wenn ich eine von denen, wenn ich eine von denen im Schaukeln machen kann. Das wär noch heftig. Und da mach ich jetzt nen Villager drauf. Hm, was mach ich denn mal? Gibt's ein Kind oder so? Ein Gorilla. Der Gorilla hat viel Spaß. So. Was soll jetzt die Lineane einfach darstellen, die man, ne? Halt meinetwegen schwingt. Wir sind so draußen. Ah. Ich hab noch eine Abänderungsidee. Was, wenn ich, das wird jetzt ein sehr schneller Prozess sein müssen, wenn ich das hier jetzt noch tatsächlich durch, das ersetze. Ich dachte erst, ich will Abwechslung. Aber vielleicht ist nicht Abwechslung das, was ich möchte, sondern Akazie. Ich möchte nicht Abwechslung, sondern Akazie, Leute. Oh, kann ich die schon? Nein, okay. Dann ist alles. Keine außer bauen sollten. Wir sind tot. Hier noch ein bisschen Gras. Mit es noch mehr aussieht. Also wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir haben einen Behnerd, einen Baum und ein Behnerd, das Ding. Alles klar. Alles klar, ich bin tot. Oh, okay. Was sollten wir eigentlich bauen? So fragen. Ne Schaukel. Ne Schaukel. Alles klar. Ich hab was ganz anderes gewohlt. Englisch-Skills-One vorhanden, sag ich so. Ich dachte, da stand Schwingen bei mir. Also ich hab Schwingen gelesen. Ich so, Schwingen heißt das doch, oder? Du kannst Hypixel auch auf Deutsch umstellen, ne? Hab ich aber nicht auf dem Akkord. Das ist natürlich ungünstig. Ja, ich habe einen Behindertenbaum mit einer Behinderten-Lyane gebaut. Vielleicht denken manche Leute, die Lyane ist eine Schaukel. Nein, das kannst du nicht retten. Es sieht auch so behindert aus. Weil ich, keine Ahnung, was soll ich machen? Aber die alle hier sind auch echt nicht gut. Mal gucken, was du, ich will, ich... Das ist meins. Ja, hier. Gut, Magendary. Bitte gewinn einfach alle Runden, bitte. Ich will die Runde letzter werden. Ja, ich sieh's doch. Ich hab's gewonnen. Okay. Pass. Hä? Das ist so ein kleines Stück Schaukel, der Rest ist Spielplatz. Nee. Ich schau nicht mal die Schaukel. Ja, die Schaukel ist so unterm Baum hingekackt. Lol. Oh, es gab's zwei Stück, ja. Warte, nur bis du meinen epischen Baum siehst. Das passt nicht. Ich mach dir kurz super Pupenwahrscheinlichkeit. Das ist nicht meins. Das ist ein sehr hässlicher Baum. Ist dein Baum schöner? Nein. Oh, oh. Ich hatte keine Zeit. Oh, da bist du. Das ist dieser Baum aus Harry Potter, Alter. Ich hab keine Ahnung. Alter. Ich hab dir Legendary gegeben. Wie ein echter Mann. Wie ist am Boden, die Schaukel. Ich bin Sechster, nicht Letzter. Das ist schon mal schwer. Ich bin tatsächlich Erster. Wenn ich von 13 Spielern Sechster bin, das heißt, der Hälfte war schlechter ist. Wie doof. Warte mal hier. Da. Da. Zack. Okay. Lass mal kurz abmachen, ganz kurz, bevor die nächste Runde gehen. Ich würde das Spiel mal ganz kurz auf Deutsch stellen. Und ich würde sagen, da meine Aufnahme schon 8 Minuten geht, würde ich sagen, dass zwei Runden wirklich komplett reichen. Okay. An sich wirklich, ja. Ähm, machst du eine Antwort? Ich versuch mal eben herauszufinden, wo das Ding auf Deutsch geht. Also, das war's mit dem Video. Ihr müsst jetzt einfach unsere Kanäle abonnieren, weil sonst, sonst geht die Welt unter. Und damit ist das Video jetzt in zwei Sekunden vorbei. Tschüss. Wo geht's auf Deutsch? Ausgewählte Sprache Deutsch. Ich bedanke mich.